Bonjour Vincent et bienvenue à Munich, ici. Bonjour. Morgen, in einem Jahr, findet hier in diesem Stadion das Champions League Finale statt. Aber wieso sprichst du so gut Französisch? Dein Akzent ist perfekt. Okay. Immer bei uns. Super. Wenn du Deutschunterricht brauchst, gerne. Also in einem Jahr, morgen, 31. Mai 2025, Finale hier. Ist das dein Hauptziel, dein Fernziel? Und zweite Frage, ist dir bewusst, dass der Kader schon eine große Auffrischung braucht in diesem Sommer? Nein, also was der Kader braucht, das werden wir intern besprechen. Dass die Finale jetzt in München ist, ich weiß, dass es auch vielleicht diese Champions League ein bisschen wichtiger macht als die andere. Da bin ich ganz ehrlich in. Aber ich weiß, dass wir das nicht erreichen, weil wir das nur aussprechen. Wir müssen etwas machen im Training davor, in jedem Spiel. Der Inhalt, was wir machen, muss auch vom höchsten Niveau sein. Und dann haben wir vielleicht eine Chance. Wir werden immer die höchsten Ziele haben, aber das jetzt aussprechen, dass wir das machen müssen, ändert eigentlich gar nichts. Das ist, was wir machen auf dem Platz. Das ist, was wir machen.